Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11446 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Innovationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um mit den sich ständig wandelnden Zeiten Schritt zu halten. Innovationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um mit den sich ständig wandelnden Zeiten Schritt zu halten. Innovationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um mit den sich ständig wandelnden Zeiten Schritt zu halten. Wir kennen diesen Weg. Wir sind ihn schon oft gegangen. Und es ist immer wieder schön. Wir kennen diesen Weg. Wir sind ihn schon oft gegangen. Und es ist immer wieder schön. In einer Umarmung fühlt sich die Welt wärmer an. In einer Umarmung fühlt sich die Welt wärmer an. In einer Umarmung fühlt sich die Welt wärmer an. Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Die Entspannung im Wellnessbereich ist meine Belohnung für eine Woche voller Arbeit. Die Entspannung im Wellnessbereich ist meine Belohnung für eine Woche voller Arbeit. Die Entspannung im Wellnessbereich ist meine Belohnung für eine Woche voller Arbeit. Ich entferne das Unkraut von den Erdbeeren. Ich entferne das Unkraut von den Erdbeeren. Ich entferne das Unkraut von den Erdbeeren. Einmal die Woche solltest du deinen Pool säubern. Damit erhältst du den Wert des Pools als Bauwerk und als Wellnessort. Damit der Pool dauerhaft sauber bleibt, musst du insbesondere für sauberes Poolwasser sorgen. Einmal die Woche solltest du deinen Pool säubern. Damit erhältst du den Wert des Pools als Bauwerk und als Wellnessort. Damit der Pool dauerhaft sauber bleibt, musst du insbesondere für sauberes Poolwasser sorgen. Einmal die Woche solltest du deinen Pool säubern. Damit erhältst du den Wert des Pools als Bauwerk und als Wellnessort. Damit der Pool dauerhaft sauber bleibt, musst du insbesondere für sauberes Poolwasser sorgen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.